Mein Herr! Es kam des Nachts. Habt ihr's gesehen? Ganz ruhig. Wie ist euer Name? Shino. Mein Herr. Shino. Sagt, was habt ihr gesehen? Ein Flusskind. Ein Kappa. Ein Dämon. Seid ihr sicher? Wie in den Geschichten, die mein Vater erzählte. Ein Monster im Fluss. Klaunspuren im Boden. Ihr habt Glück, dass ihr noch lebt. Ich blieb. Und mein Vater ging, um das Kappa zu verjagen. Dann hörte ich ein Platschen und schreie. Ich werde nach ihm sehen, Shino. Bleibt hier. Bleibt weg vom Wasser. Seid vorsichtig, Fisch. Die Kapaz sind hungrisch. Angebissener Fisch. Aber jemand ausgehoben hat. Spuren. Könnten von Menschen oder Tieren sein. Sie führen in den Fluss. Da war Wasser an meinem Bein. Die Spuren gehen weiter. Die Spuren gehen weiter. Das muss Shinos Vater sein. Die Schnitte sind primitiv, aber sauber. Vielleicht von einer Klinge. Vielleicht gibt es Spuren des Mörders. Mehr Spuren. Sie führen dort lang. Spuren des Mörders. Greta Fisch. Das war kein Kampf. Nur Diebe und Mörder. Auch eine Art Monster. Sie haben sicher Chinos Vater bestohlen. Ein paar Steine, Trockenfisch, eine Flöte. Hat nur Chinos Vater gehört. Ich werde sie ihr bringen. Ich werde sie ihr bringen. Was ist das? Was ist das? Nein. Nur ein Dämon wäre zu so etwas fähig. Verzweiflung kann aus den besten Männern Dämonen machen. Könnt ihr irgendwo Zuflucht finden? Akashima. Meine Tante ist dort. Hat die eurem Vater gehört? Ja. Er kommt mit mir nach Akashima. Vielen Dank. Ich werde bald aufbrechen. D lib新 Einbrieflung. Untertitelung des ZDF, 2020